Moin ihr Zuckerschnecken! Auch wenn das Thema jetzt schon ein paar Tage alt ist und etwas ausgelutscht ist, möchte ich kurz mit euch über den Transfer von Niklas Süle zu Borussia Dortmund quatschen. Bevor es losgeht, lass gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Es kostet dich nur ein paar Sekunden, würde aber echt weiterhelfen. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Es kam dann doch etwas überraschend. Ich meine, mir war klar, dass Niklas Süle die Bayern am Ende der Saison verlassen wird. Das war ja schon irgendwie offiziell, aber ich hätte nicht gedacht, dass es Richtung Dortmund geht. So ehrlich muss ich sein. Ich meine, ich denke mal die meisten von uns dachten wahrscheinlich, es geht für Süle ins Ausland. Premier League oder PSJ, Juventus, irgendwie sowas in die Richtung. Im ersten Moment war ich wie gesagt sehr, sehr überrascht. Und ich konnte den Wechsel auch nicht so wirklich nachvollziehen. Sportlich ist der Transfer offensichtlich ein Abstieg, ohne Dortmund in irgendeiner Form kleinreden zu wollen. Aber die Bayern sind nun mal eine der fünf besten Mannschaften der Welt. Und die Bayern sind nicht ohne Grund auf dem Weg zur zehnten Meisterschaft in Folge und spielen jede Saison um die Champions League mit. Sportlich, als auch finanziell, hätte sich wahrscheinlich eine Vertragsverlängerung für Süle mehr gelohnt, als ein Wechsel zu Dortmund. Gehe ich einfach mal von aus. Aber kommen wir zum Thema Wertschätzung. Und ja, ich weiß, das Wort ist negativ behaftet, weil es eher zu einem Meme in der Fußballwelt geworden ist. Aber Süle zeigt mit seinem Wechsel, dass es ihm genau darum geht. Er wollte in Deutschland bleiben und dann kommt eigentlich nur der BVB in Frage. Und Dortmund hat Süle das Gefühl gegeben, dass er dort wirklich, wirklich wichtig sein soll. Bei den Bayern hatte er das Gefühl scheinbar nicht so richtig. Trotz Top-Leistung war er nie unangefochtener Stammspieler und hat nie so richtig das Vertrauen gespürt, was er sich vielleicht gewünscht hat. Und auf menschlicher Ebene verstehe ich den Wechsel dann doch. Ich finde, der BVB hat einen absoluten Weltklasse-Transfer gemacht. Mit Süle kommt zumindest der meiner Meinung nach beste Innenverteidiger der Bundesliga zum BVB. Das Problem ist, dass einigen Medienberichten zur Folge dafür im Sommer Akanji verkauft werden soll und Süle daneben Hummels spielen soll. Und das wäre meiner Meinung nach einfach dumm. Ich will da in keinster Weise irgendwie einen Mats Hummels kritisieren, der eine großartige Karriere gehabt hat. Aber für mich ist er nicht mehr auf dem Level, wo sich Dortmund vielleicht in ein, zwei Jahren sehen will. Und mit Akanji und Süle hätte man eine brutal starke Innenverteidigung gehabt. Noch ist da natürlich nichts entschieden, beziehungsweise nicht offiziell. Aber wenn man Akanji verkauft, dann wird man dieselben Schwachstellen haben, die man seit Jahren hat in der Abwehr. Außerdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Bayern das ganze Theater nicht auf sich sitzen lassen werden und im Sommer dann so richtig die Eier auf den Tisch legen und einen absoluten Top-Innenverteidiger für viel Geld hohen werden. Und vielleicht nicht nur in der Abwehr. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und hoffe, dass durch solche Transfers die Bundesliga endlich mal wieder ein bisschen Spannung in die Spitze reinkriegt. Wäre zumindest wünschenswert. Aber genug von meinen Gedanken. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Augen steif und ciao, ciao.